Macht ist jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen, auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleichwohl, worauf diese Chance besteht. Es geht also darum, ich habe Macht, wenn ich die Welt so gestalten und lenken kann, wie ich das will, losgelöst davon, was andere wollen. Und je mehr ich das kann, desto mächtiger bin ich. Je weniger ich das kann, desto weniger mächtig bin ich offensichtlich. Es gibt auf Macht sehr unterschiedliche Sichtweisen. Selbst wenn man sich auf diese Interpretation eidigen würde, gibt es Leute, die das sehr unterschiedlich interpretieren. Es gibt eine Interpretation, die man vielleicht bei Hannah Arendt finden kann, wo Macht durchaus auch sehr positiv gesehen werden kann. Leute, die sich organisieren und etwas erreichen. Es gibt auch eine sehr negative Sichtweise auf Macht. Macht ist unterdrückend. Macht entmächtigt mich, wenn Leute sehr viel Macht haben. Macht macht mich so schwach und formt die Welt um mich herum auf eine Art, die mir vielleicht nicht passt. Wenn wir uns Macht angucken, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen angucken, woher kommt eigentlich Macht. Es gibt da sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Macht zu etablieren in dieser Welt. Für die Debatte, die wir hier führen, wo es dann vielleicht um Privacy oder ähnliche Kontexte geht, sind vor allem zwei relevant. Das erste ist so ökonomisch begründete Macht. Das ist ein schamlos geklautes Bild. Da hat irgendjemand mal die teuersten amerikanischen Firmen zusammengestellt. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch wieder geändert. Da wird wahrscheinlich jetzt noch irgendwas anderes mit hoch oder was anderes runtergekommen sein. Wenn wir auf diese Form von Macht gucken, dann haben wir so häufig globale Konzerne, die aber aufgrund ihrer Ressourcen, aufgrund der Tatsache, dass halt Geld einfach irgendwann keine Rolle mehr spielt, de facto tun können, was sie wollen. Sie könnten einige Firmen betreiben, sogar ihre interne Polizeiorganisationen. Man kann das weiterdenken in so einem Cyberpunk-Szenario, wo dann irgendwann Firmen anfangen, sich eigene Armeen zu bauen und Krieg gegen andere Firmen zu führen. Firmen benutzen diese Macht, die sie aufgrund ihres Ressourcenreichtums haben, um ihren Profit zu maximieren. Aber das ist halt eine für uns in der Welt sehr, sehr sichtbare Form der Macht. Also wir sehen, wie auch beispielsweise Firmen auf den öffentlichen Diskurs einwirken, indem sie vielleicht auf Medien einwirken oder auf bestimmte Personen einwirken. Wie Firmen vielleicht nicht wollen, dass ein Journalist irgendetwas veröffentlicht und deshalb auf diese Person Druck ausüben, die sie halt ausüben können, weil sie zum Beispiel aufgrund von Ressourcen ganz andere Kanäle bespielen können, um gegen diese Person vorzugehen. Und es gibt natürlich auch noch eine andere Form von Macht, mit der man sich dann auch beschäftigen muss. Nicht nur Konzerne sind eine Bedrohung für uns als Individuen, sondern natürlich auch politisch begründete Macht. Da gibt es gerade hier in Berlin zurzeit so einige Fälle, wo wir sehen, dass die Art und Weise, wie vielleicht der Staat so seine Macht, wie die Macht des Staates ihren Niederschlag im wahrsten Sinne des Wortes findet, sehr, sehr schnell sehr hässlich wird. Und gerade wenn man sich solche Szenen anguckt oder Szenen, wie man sie vielleicht hier in Berlin im Refugee Camp in den letzten Wochen gesehen hat oder auch vorher schon auf vielen, vielen Demonstrationen, können wir schnell verstehen, warum Leute unter Umständen halt Angst vor der Macht des Staates haben. Der Staat hat aufgrund der Konstruktion, in der wir hier leben, das, wie wir es immer so schön nennen, das Gewaltmonopol. Der Staat hat die Möglichkeit, deine Tür einzutreten, wenn du nur angeblich schlimm genug gehandelt hast, deine Bude auszuräumen, dir die Freiheit zu nehmen, dich einzusperren. Und deshalb wird aus dieser Form von Macht ein großes Bedrohungspotenzial wahrgenommen. Das Ganze führt sich zurück auf so ein Bild von uns. Also wir sind so dieses kleine Individuum und dann gibt es irgendwie so große und mächtige Entitäten, die uns bedrohen, denen wir ausgeliefert sind, die uns in gewisser Weise auch unterdrücken, vielleicht unsere Meinung, unsere Entfaltung unterdrücken. Und um ein altes biblisches Bild sozusagen mitzunehmen, wie kann man denn sich mit Post-Privacy beschäftigen, vielleicht sogar Post-Privacy als eine Utopie thematisieren, wenn das nur bedeutet, dass David Goliath noch eine größere Keule gibt. Das ergibt ja aus der Betrachtung natürlich überhaupt keinen Sinn und klingt völlig irrsinnig. Und an der Stelle greift dann Privacy ein. Privacy macht nämlich das da. Privacy versucht, das Machtgefälle in der Art und Weise zu mitigieren, nicht zu entfernen. Also es ist immer noch der Staat oder die Firma mächtiger, aber wir geben dem kleinen David, der jetzt leider hier auch gar keine Steinschleuder hat, um sich zu wehren, wir geben dem kleinen David einen Unsichtbarkeitsumhang plus eins oder plus zwei, wie viel auch immer, damit Goliath ihn nicht mehr treffen kann. Das heißt, man macht sich nicht mehr nach außen sichtbar, dadurch macht man sich nicht mehr angreifbar und ist halt unter Umständen dieser Macht nicht mehr ausgesetzt. Das ist so diese Konzeption, die dieser Form von Privacy häufig zugrunde liegt. Und wenn wir uns das mal als, behalten das mal als Bild im Kopf und machen nochmal einen Schritt zurück. Denn diesem Bild, was wir da betrachtet haben, diesen großen, mächtigen Entitäten, die den armen, kleinen, Einzelnen unterdrücken, liegt natürlich auch ein Menschenbild zugrunde. Ein Verständnis davon, wie Menschen eigentlich sind und wie Menschen eigentlich funktionieren. Und das möchte ich mir jetzt mal mit euch gemeinsam angucken. Wir haben hier ein Bild von Leonardo da Vinci, der menschliche Körper. Und ja, Leonardo da Vinci hat einen Mann gemalt. Ich habe da jetzt leider keine ordentliche Kopie gefunden, wo dann nicht einfach nur eine Frau war oder Homer Simpson. Und ich finde Simpsons völlig dämlich, deshalb wollte ich den auch nicht haben. Und naja, es ist halt jetzt dieses Bild. Und was wir hier sehen, losgelöst von der Tatsache, dass der menschliche Körper irgendwelche Größenbeziehungen hat, dass die Beine so und so lang sind oder die Armspannweite so und so groß ist, hat dieses Bild eigentlich noch, man kann es deutlich weiter noch interpretieren. Denn im Prinzip, wenn wir uns den Menschen so angucken, dann ist der Mensch da, um ihn in so einen Kreis gezogen. Wenn wir das als seine Privatsphäre betrachten, das ist so das, was er so um sich herum hat und das ist das, was gerne geheim gehalten wird. Und was ganz interessant daran ist, ist, dass er keine Verbindung hat. Der Mensch ist alleine. Er ist in dieser kleinen Blase für sich gesammelt und in dieser Blase darf er dann so er selbst sein und darf sich entfalten da drin, kann sich darin bewegen. Aber er ist losgelöst. Er ist ganz alleine und das passt natürlich dann zu diesem Bild. Er steht halt alleine irgendwelchen großen, mächtigen Entitäten gegenüber. Aber eigentlich ist diese Sichtweise, dieser Individualismus natürlich eine sehr, sehr unserem Wirtschaftssystem auch durchaus geschuldete Betrachtung. Denn die Tatsache, dass wir den Individualismus so erhöhen, ist natürlich vor allem eine ökonomisch sehr interessante Geschichte. Also wir verkaufen diesen Individualismus ja auch als ein Gefühl. Apple, think different. Du bist natürlich anders als die anderen. Du musst dich von den anderen abgrenzen. Du bist ja auch nicht mit ihnen verbunden. Genauso wie wir das gestern gesehen haben, dass wir uns beschweren, dass die Leben der anderen, die publiziert werden, so langweilig sind und sie nicht interessant genug und nicht individuell genug sind, sondern ach ja, guck mal, die Bilder vom Popeln, die haben wir ja alle, ach wie boring. Uns wird immer behauptet, nein, ich als Individuum, ich bin halt so unglaublich interessant und weil ich so interessant bin, ich grenze mich von der Welt ab. Ich bin dann halt in mir selber, mit mir interessant. Ich habe mir meine Identität hier gebaut und schütze das, indem ich mich dann verstecke. Aber wenn wir jetzt das als ein Ideal proklamieren und sagen, ja, guck mal da, wir entfalten uns und wir haben es schön und wir verstecken uns vor denen, die uns was Böses wollen und sind geschützt, dann nützt das letzten Endes gar nicht zwingend unbedingt uns. Es gibt das von Niccolo Machiavelli 1532 formulierte Divide et impera, also Teil und Herrsche. Das ist nun auch schon älter, das hat er sich nicht alleine ausgedacht. Es gab schon 500 vor Christus von Sun Tzu sehr ähnliche Konzepte. Die Idee ist, wenn du gegen irgendetwas vorgehen möchtest, dann sorgst du dafür, dass du nicht gegen die gesamte Masse vorgehen musst, zum Beispiel eine Armee, du willst nicht gegen alle hunderte Soldaten kämpfen, sondern du sorgst dafür, dass fünf da sind und fünf da und fünf da und du dann mit deinen 20 Leuten die einzelnen kleinen Grüppchen ausknipsen kannst. Und genau das ist das, was wir in diesem Individualitätsbegriff auch finden. Dieser Individualitätsbegriff ist für sehr mächtige Entitäten sehr hilfreich, denn solange wir uns voneinander isolieren und solange wir uns alle abschotten in unserer kleinen privaten geheimen Welt, sind wir einer nach dem anderen schön wegzugehen. Was diese Strategie für uns schwierig macht, ist nämlich Solidarität. Solidarität bedeutet, dass wir uns mit anderen solidarisch zeigen, dass wir mit anderen gemeinsam beispielsweise gegen ein Unrecht vorgehen. Also nicht mehr der kleine arme Davids, der von Goliath weggemobbt wird, sondern viele, viele kleine Davids und Susannes, die dann gegen irgendeinen Großen unter Umständen aber bestehen können, weil sie eben nicht mehr alleine sind, weil sie gemeinsam auch Macht konstituieren können, weil sie vielleicht nicht die Ressourcen haben, die der Große hat, aber trotzdem genug Sichtbarkeit oder genug Einfluss aggregieren können, um ein Problem so groß zu machen, dass der Große sie vielleicht eben nicht mehr wegbekommt. Solidarität ist hier an dieser Stelle das Stichwort. Nun ist natürlich die Frage, warum funktioniert Solidarität eigentlich? Wir greifen da die Machtgrundlage der großen, mächtigen Entitäten an. Also wenn wir uns die Politik angucken, das System möchte natürlich weiterhin existieren. Also ein Politiker hat kein Interesse daran, schlecht dazustehen. Deshalb funktionieren solche Sichtbarkeitsmachungsgeschichten, solche großen solidarischen Aktionen, in denen Leute etwas in den Mainstream drücken. Und mit Gewalt sind hier, viele Leute unterstützen an dieser Stelle eine Position, die von der Regierung, von der Polizei vielleicht nicht gewollt ist. Das funktioniert, weil natürlich als Politiker möchte man wiedergewählt werden und wenn man sieht, dass eine große Menge sich organisiert gegen dich, dann ist deine Machtgrundlage in Gefahr. Also lenkst du ein, damit diese große Menge dich eben nicht mehr unter Druck setzt. Genauso bei Firmen. Wenn du dich als Firma sehr schlecht verhältst und Leute fangen an, sich zu organisieren und gegen dich ernsthaft Aktivismus zu betreiben, dann hast du irgendwann das Problem, dass es auf deine Profite irgendwann einen Einfluss hat, weil du weniger verkaufst, weil du blöd dastehst. Also wenn man halt sichtbar macht, dass du nur über Kinderarbeit dein Geld verdienst, dann sieht das irgendwann einfach schlecht aus. Und je sichtbarer das ist, desto schneller wird das ein Problem und wird dann irgendwann unter Umständen aufgegeben. Oder es wird zumindest besser versteckt. Was hat das jetzt wirklich mit Privatsphäre zu tun? Ich meine, wir reden ja hier den ganzen Tag irgendwie über Privatsphäre oder über Themen, die mit Privatsphäre zu tun haben. Und das ist eigentlich eine ganz gute Frage, denn es geht hier um einen völlig unterschätzten Begriff, glaube ich. Es geht um Connectivity. Es geht darum, verbindbar zu sein, anknüpfbar zu sein für andere Leute, für die gesamte Welt potenziell. Schon 1624 hat John Donne gesagt, no man is an island. Es geht darum, dass wir, so sehr wir uns gerne als diese einzelnen, individuellen kleinen Schmetterlinge und Schneeflocken sehen, keiner ist wie der andere und keiner ist wie die anderen, das zeigt sich aber ja in der Realität nicht. Wenn wir uns dann, wenn wir die Leben von Menschen protokollieren und uns die angucken, sehen die alle gleich aus. Wir sind halt alle gleich langweilig. Das ist auch völlig okay. Wenn wir uns große Datenerhebungen angucken, wie Menschen irgendwelche Tools nutzen, wie Menschen kommunizieren, sehen wir immer dieselben Muster. Menschen handeln halt nach bestimmten Mustern. Und diese Muster sind häufig darauf basiert, dass sie sich eben nicht als Individuum abgrenzen, sondern dass sie immer mit Leuten zu tun haben. Dass sie sich in eine Gruppe einfinden, dass sie sich in eine Hierarchie vielleicht einfinden, dass sie versuchen, sich über eine Gruppe auch unter Umständen zu konstituieren. Was ich hier also in gewisser Weise tun möchte oder stärken möchte, ist nochmal zu deklarieren, dass wir eben gar nicht so individuell sind. Wir sind halt eigentlich ein Netzwerk. Wir tun so, als wären diese sozialen Netze, die wir aufbauen, als wären die was Neues. Als wäre MySpace, Facebook, Twitter, was auch immer man da benutzen möchte, was Neues, was wir jetzt gefunden haben und plötzlich sind wir in sozialen Netzwerken aktiv. Das ist ja Käse. Ich meine, wir sind in einer Familie geboren, das ist ein erstes soziales Netzwerk und dann haben wir vielleicht eine Nachbarschaft, in der wir aktiv sind oder wir gehen dann noch in Sportverein, noch ein soziales Netz. Oder wir gehen in eine Schulklasse oder in einen Kindergarten. Wir konstituieren immer neue Ebenen sozialer Netze um uns herum oder erweitern unser soziales Netz um uns herum und finden uns immer wieder als Knoten in solchen Netzen. Und Knoten in so Netzen zu sein, wenn man sich das alleine schon mit Rechnern anguckt, wir bauen Rechnernetze auf, dann wollen wir natürlich zu möglichst vielen verbunden sein. Wenn wir nur mit einem verbunden sind, dann fällt das halt schnell auseinander. Potenziell, ich habe halt nur eine Verbindung ins Internet und wenn das abbricht, dann ist es weg. Wenn ich mehr Verbindungsmöglichkeiten habe zu anderen Servern, wenn einer ausfällt, dann habe ich die Möglichkeit, die Verbindung doch wieder aufrecht zu halten und über einen anderen Knoten zu leiten. So ist das Internet auch konstituiert gewesen. Und das lässt sich auch durchaus über Menschen sagen. Also wenn wir halt nur eine Bezugsperson in unserem Leben haben, eine Person, mit der wir uns irgendwie als Netz fühlen und diese Person ist weg, dann fehlt uns plötzlich irgendwie der Zugang zu unserer Welt, wie wir sie vielleicht vorher kannten. Denn starke Netzwerke bedeuten, dass wir uns eben nicht auf eine Person verlassen, sondern dass wir mehrere Personen haben, die vielleicht auch einfach unterschiedliche Perspektiven auf uns zubringen. Dass wir uns in so einem Netz eben, nicht wie so eine Spinne im Netz, aber als einen Knoten, der möglichst viele Verbindungen eigentlich haben möchte, um auch unterschiedliche Perspektiven vielleicht zu bekommen, um mit unterschiedlichen Krisen auch anders umgehen zu können. Wenn deine Bezugsperson von Bus läuft, dann ist die halt potenziell weg. Wenn du viele hast, dann hast du welche, die dich auffangen können. Und wir raten ja jeder Person, sich möglichst viele dieser Verbindungen zu schaffen. Und um diese Verbindung zu haben, um die Möglichkeit zu haben, für andere verbindbar zu sein, muss ich mich sichtbar machen. Sichtbar entspricht genau nicht dem, wie wir Privatsphäre denken. Privatsphäre ist, du versteckst dich vor der Welt. Du sprichst deine sexuelle Identität vielleicht nicht online an oder überhaupt der Welt gegenüber an, wenn man das nicht tut. Oder du sprichst nicht über deine Interessen. Vielleicht, weil du Angst hast, dass jemand Witze darüber macht, dass du Zeichentrickserien gut findest, weil du ja ein erwachsener Mann bist und das nicht tun solltest. Oder dass du Angst hast, zu sagen, weil alle deine Internet-Bourgeoisie-Freunde Fußball doof finden, dass du jetzt nicht sagen magst, dass du es eben doch magst. Also wir verstecken uns vor der Welt und nehmen uns dadurch aber die Möglichkeit, nicht nur uns zu verbinden, sondern auch verbunden zu werden. Das Netz hat für mich, und da kann man vielleicht ein bisschen auch nochmal den Bezug zu gestern suchen, zu dem iPhone-Vortrag, er legt irgendwann die Folie auf, er hat halt dieses Projekt gestartet und es ging los und dann bekam er das erste Mal von außen eine Frage, wo jemand schickte, hier, warum machst du das, legst du keinen Wert auf Privatsphäre und wo direkt danach dann gesagt wurde, hier, ich habe genau gesehen, du hast es gelesen, die Antwort dir jetzt gefälligst. Er hat sich verbindbar gemacht, dadurch, dass er sich öffentlich gemacht hat. Dadurch, dass er erstens einen Anlass natürlich gegeben hat und auch eine Kontaktmöglichkeit gegeben hat, konnten Leute mit ihm in Kontakt treten, konnten mit ihm das Ding diskutieren und das hat ja auch ihn weitergebracht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er sich jetzt was Kluges ausgedacht hat, fertig ist und der Welt predigt, sondern er will mit der Welt interagieren, er will ja seine These vielleicht schärfen, er will sie evaluieren, er will sehen, was er daraus lernen kann. Das funktioniert eben nur, indem man sich auch verbindbar macht, auf irgendeine Art und Weise. Wir bauen uns also unsere sozialen Netzwerke auf und durch diese sozialen Netzwerke schütteln wir halt genau das, was man so als Problem von so einem sehr starken Individualismus sehen kann, ab. Wir schütteln Isolation ab, wir schütteln auch die, in gewisser Weise eine Form der Machtlosigkeit ab, denn wir stehen eben nicht nur für uns alleine und sehen, jetzt findet halt unser Firma X doof, was wir tun und ja gut, Firma X hat halt einen Jahresumsatz von x Millionen Euro, ich habe die nicht, also habe ich gar keine Chance, gegen die vorzugehen, sondern ich sage dann, ja, die haben vielleicht Geld, aber ich habe Kontakte, also versuche ich halt, mein Netzwerk zu aktivieren, ich versuche mir darüber dann halt Gehör zu verschaffen vielleicht oder mir Macht zu holen, mir die Möglichkeit zu geben, auch aktiv zu sein, eben nicht Objekt der Willkür irgendeines potenziell mächtigen Gegenübers zu sein, sondern selber aktiv die Diskussion zu gestalten und vielleicht auch den anderen unter Druck zu setzen, um sich besser zu verhalten und eben nicht nur über meinen Willen hinweg zu sehen. Wir konstituieren halt dann als soziales Netzwerk unsere Macht vielleicht ganz anders, wir konstituieren sie eben nicht darüber, dass wir politisch über Gesetze uns mächtig sind, wie es vielleicht der Staat ist und wir konstituieren es auch nicht zwingend darüber, dass wir beliebig viele Ressourcen zukaufen können, sondern wir haben einfach Freunde, die Sachen können, wir haben Freunde, die Freunde haben und dadurch sind wir einfach plötzlich irgendwann so viele, dass wir etwas erreichen können, bei dem jeder vorher gedacht hätte, dass es nicht möglich ist. Aber natürlich ist es auch nicht alles rosig, also die Welt ist ja nicht einfach nur schön oder blöd und auch so diese sozialen Netze, die wir aufbauen und die wir jetzt im Internet auch auf eine Art und Weise aufbauen, die deutlich besser sichtbar ist. Also früher natürlich wusste man, ja alle Kinder im Dorf in einem Alter sind halt in einer Schulklasse und irgendwie sind die deshalb verbunden, aber heute sieht man halt wirklich sehr eindeutig, wer mit wem wann kommuniziert, wenn man das sehen möchte, man sieht wer wen auf Twitter replied und wer wen retweetet, wer wen mag, alles das ist sichtbar und so wird dieses Netzwerk, was uns natürlich potenziell viel Stärke gibt, auch zu einem Verräter. Also es ist jetzt hier nicht das Wunderland, wo alles hübsch ist, sondern aus diesen Netzwerken ist, selbst wenn man gar nicht glaubt, es reingesteckt zu haben, wahnsinnig viel ableitbar. Es gibt da ein schönes Beispiel einer amerikanischen Universität, die einen echten sozialen Graf genommen hat und eigentlich alle Informationen davon weggeworfen. Das heißt, sie wissen nur, sie haben Personen, die sind so verbunden und sie wussten nur von ganz, ganz wenigen zwei, wenn ich mich nicht ganz irre, also es war ein Schwung von so 50 Knoten ungefähr und sie wussten bei zwei die sexuelle Präferenz, also homosexuell, heterosexuell und sie wussten bei allen die Geschlechter und konnten mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, einfach aufgrund der Struktur, wie Menschen sich organisiert haben, vorhersagen, wer welche sexuelle Präferenz hatte. Und das hat, selbst wenn die Leute das nicht publiziert haben, konnte man es da rauslesen, einfach aufgrund der Tatsache, wie wir uns organisieren. Das heißt, ja, dieses Netzwerk, was wir uns aufspannen, diese Gemeinschaft, die uns potenziell die Möglichkeit gibt, wieder mächtig zu sein, kann halt eben auch für unseren Verräter werden. Also es kann natürlich Dinge über uns auch in die Öffentlichkeit bringen, die wir eigentlich gar nicht intendiert haben. Letztendlich ist es so, wenn man es von außen betrachtet, alle deine Freunde mögen irgendetwas, du hast dich dazu nicht geäußert, also wird häufig dann einfach interpretiert, dass du das dann auch gut findest, offensichtlich. Und selbst wenn du es nicht tust, wenn die Welt von außen das so interpretiert, dann bist du das halt. Bis du sagst, nein, nein, und dich davon abgrenzt, was dich dann vielleicht wieder aus deinem sozialen Netzwerk rauszieht. Ich möchte, nachdem wir uns jetzt kurz darüber unterhalten haben, über ein paar Beispiele gehen. Also die Idee der Solidarität ist jetzt auch nicht neu und auch nicht von mir jetzt erfunden und auch die Idee davon, sich verbindbar zu machen, ist nicht neu und nicht von mir erfunden. Was ist denn da in der Vergangenheit oder vielleicht in der näheren Vergangenheit, was hat denn da wie funktioniert und was sind denn die Vorteile, die wir daraus vielleicht ziehen können, was sind auch Gefahren, die wir daraus ziehen können oder Lehren, die wir daraus ziehen können. In der Geschichte gab es halt so ein paar Situationen, wo Menschen sich ganz bewusst exponiert haben, dadurch auch anschlussfähig machten und auch Erfolg hatten. Es gab beispielsweise Christopher Street Days, in Deutschland gab es den ersten unter dem Titel 1979 in Bremen. Vorher gab es auch schon natürlich Paraden und Solidaritätsbekundungen und wenn man sich die Geschichte da anguckt, da ging es halt ganz klar darum, etwas, was in der Gesellschaft, natürlich zu Beginn in den USA, aber auch in Deutschland war es ja nicht weniger prüde, was ganz klar verboten war. Man war halt nicht, Homosexualität war nicht akzeptiert und wenn es Homosexualität gab, dann maximal noch irgendwo versteckt und man redete nicht drüber, definitiv nicht drüber reden. Was Menschen da taten ist, nachdem es Angriffe auf Homosexuelle in der Christopher Street gab, sagt man, okay, fuck you, wir gehen jetzt raus und machen Krach, machen uns sichtbar, damit eben nicht mehr so getan werden können, als gäbe es uns nicht und als wären wir marginal und als müsse man deshalb auch für uns nicht tun. Man schloss sich zusammen, ging dadurch natürlich großes Risiko ein. Also die ersten Leute, die sich da auf diese Paraden gestellt haben, sind wahnsinnige Risiken, auch persönliche Risiken eingegangen, weil sie natürlich plötzlich sichtbar waren. Du konntest dich daneben stellen, du konntest sehen, wie. Der läuft mit den Homosexuellen, mit warum tut die Person das? Das hätte ich ja nie gedacht. Aber trotzdem hat es ja Effekt gehabt. Wenn wir uns heute unsere Gesellschaft angucken, dann ist sie nicht da, wo sie sein sollte, aber sie ist auch nicht mehr da, wo sie damals gewesen ist. Das heißt, die Möglichkeit, sich verbindbar zu machen und sich zu exponieren, um anderen Anschluss zu bilden, was du bist auch, zum Beispiel, du bist homosexuell, ich auch. Und dadurch Solidarität zu empfinden und dadurch sich vielleicht auch gestärkt zu fühlen, einer Gesellschaft gegenüber, bei der man bisher nur Ablehnung gesehen hat, hat an dieser Stelle beispielsweise gut funktioniert. Es gab in Deutschland 71, einen Sterntitel, den vielleicht auch noch viele vor Augen haben, dieses Wir haben abgetrieben. gingen viele Frauen, um gegen einen völlig absurden Paragrafen 218, der auf eine wirklich absurde Anweise gestrickt war, protestierten, indem sie sagten, ja, ihr verbietet das, trotzdem findet das halt statt. Trotzdem ist das halt so. Und natürlich gingen die auch riesiges Risiko ein. Nicht nur, weil sie unter Umständen Opfer von Diskriminierung hätten werden können und auch geworden sind, ja durchaus, sondern weil sie potenziell ja auch noch da rechtliche Probleme kriegen konnten, weil sie potenziell gegen Gesetze verstoßen haben. Also wir sehen auch an dieser Stelle Menschen, die sich exponiert haben, die sich verbindbar gemacht haben, die sich zum Ansprechpartner gemacht haben, um dadurch ein größeres soziales Netz aufzubauen und Macht zu gewinnen, um eben die Gesellschaft zu verändern oder ein Gesetz zu verändern oder den Eindruck, den eine Gesellschaft hat, zu verändern. Alles das war nur möglich darüber, dass Menschen rausgehen und sich exponieren. Das funktioniert nicht, wenn alle privat sind. Das funktioniert nicht, wenn niemand drüber spricht. Das funktioniert nicht, solange das unsichtbar ist. Wir haben aktuell natürlich auch da einiges an Situationen. Wir haben in den letzten Wochen so ein paar, ich habe ein paar Shitstorms der letzten Wochen rausgeguckt, die halt unterschiedlich gut funktionierten. Es gab so eine Geschichte von einem gelöschten Kindle, eine Frau, die ein Kindle hatte und dann sagte, alle ihre Bücher werden gelöscht worden, was dann faktisch doch nicht ganz so war. Also letzten Endes ging es eher darum, sie hat ihren Account bei Amazon gelöscht und könnte ihre Bücher nicht wiederherstellen, nachdem sie ein Kindle formatiert hatte. Das überrascht jetzt zwar keinen, aber was funktioniert hat, es wurde halt irgendwie kommuniziert, Amazon löscht Kindles, oh Gott, oh Gott. Es wurde eine riesen Empörungswelle generiert, Menschen re-shareten das, solidarisierten sich gegen Amazon, der ja durchaus, ich meine, Amazon liefert alles. Eigentlich will man es sich nicht mit Amazon verderben, weil wo kriegt man seine Sachen her? Es hat da funktioniert. Das ist natürlich ein kleines Beispiel, aber es funktionierte. Im Gegenzug, es gab etwas später hier in Deutschland eine wirklich ziemlich schäbige Geschichte, so zwei junge Männer, die glauben, dass Regeln menschlichen Zusammenlebens für sie nicht gelten. Klaas und Joko, die es witzig finden, Frauen, die das definitiv nicht wollten, zu betatschen und das als Wette im Fernsehen produzierten und das sich dabei offensichtlich ganz lustig fühlten. Und obwohl es an vielen Stellen sehr, sehr dedizierten und auch sehr zielführenden Diskurs gab und die Leute wirklich ganz klar hier an der Stelle, deshalb ist das ein Problem, was ihr da tut, deshalb ist das ein Problem, hat es leider nicht so den Effekt gab, den man sich gewünscht hätte, obwohl es auch durchaus breit war. Also ich kann natürlich an meiner Filterbarbel liegen, aber ich habe durchaus viel gesehen und auch von Leuten, die vielleicht vorher in der Diskussion gar nicht so aktiv geworden sind, die sich da solidarisch zeigten, die sagen, ja stimmt, hier ZDF, das könnt ihr so nicht machen. Hat an der Stelle nicht funktioniert. Es gibt, und um das nochmal aufs Absurdeste zu treiben, also wann auch immer, jeder, der einen Facebook-Account hat und halt vielleicht Freunde hat, die nicht so in dieser Bubble aktiv sind, der sieht alle Nasen lang da mal so eine Art Kettenbrief durchgehen. Keine Ahnung, ich widerspreche Facebook, amerikanische Server zu benutzen, ich weiß es nicht, was man da halt so tun kann. Hat halt null Effekt, obwohl da auch Millionen sich da irgendwie zusammenschließen. Was wir da ableiten können, ist, selbst wenn wir in der Vergangenheit Erfolgsgeschichten hatten und sogar in der Gegenwart irgendwelche Erfolgsgeschichten haben, es ist halt nicht so einfach, sich verbindbar zu machen, funktioniert auch nicht immer und es funktioniert auch nicht automatisch. Man gewinnt nicht automatisch alles dadurch, dass man sich verbindbar macht, man gewinnt einfach nur eine Möglichkeit, etwas zu tun. Ja, die nächste überspringen ich einfach. Kommen wir zum Fazit. Wir haben letzten Endes, ist das, was wir glaube ich lernen können aus der Betrachtung oder aus der Reflexion. Letzten Endes haben wir immer die Wahl und es ist nicht so, dass die Wahl für jeden von uns getroffen wird. Ich glaube, letzten Endes läuft es darum, man kann sich eine gewisse Sicherheit verschaffen, indem man sich unsichtbar macht und still ist, indem man sich nicht beteiligt, indem man keine Position bezieht, indem man sich komplett verdaten schützt und privat bleibt. Dann darf man sich auch nicht wundern, dass halt nichts passiert. Das ist wirklich so einfach. Oder man macht sich halt potenziell angreifbar und auch potenziell mächtig. Das Risiko ist aber groß. Also die Frage, wenn wir uns zum Beispiel hier in Berlin das gerade laufende Refugee Camp angucken, Leute, die sich da engagieren, gehen ein großes persönliches Risiko ein. Das Thema ist wichtig und es ist bewundernswert, wie viel Arbeit da reingesteckt wird, aber beispielsweise die Person, bei der ich die letzten Nächte geschlafen habe, wurde da angegriffen und auch körperlich angegriffen als Reaktion darauf, dass sie sich da irgendwie engagiert. Und trotzdem ist das aber der einzige Weg für uns als Individuen, als Menschen, die halt hier wohnen und eben nicht eine Riesenfirma sind oder eine politische mächtige Funktion sind. Es ist die einzige Möglichkeit, selber ernsthaft Einfluss zu gewinnen auf die Welt. ernsthaft die Welt so zu verändern, wie wir sie vielleicht haben wollen. Die Idee, dass wir als Individuum uns aus der Welt zurückziehen, uns von der Welt trennen, uns vor der Welt verstecken und immer noch weiter darauf einwirken können, ist absurd. Denn wer nicht mit der Welt interagiert, indem er sich von ihr disconnected, kann halt auch nicht mit ihr sprechen und kann auch nicht vielleicht für eine veränderte Sicht auf die Welt sprechen. Aber wir dürfen dabei natürlich nicht vergessen, es ist eine Wahl, die man treffen muss, es ist auch ein Risiko, was man eingeht. Aber wer halt eine bessere Welt will, muss dann vielleicht auch mal ein Risiko eingehen. Und das ist, das ist glaube ich, das, was wir hier mitnehmen können. Ja, es gibt die Machtfrage, es gibt Machtgefälle in der Welt. Es gibt staatliche Gewalt, es gibt ökonomische Macht, die auf uns einwirkt. Und ja, man kann, wenn man sich nur als Individuum begreift, ist es absurd. rauszugehen und sich angreifbar zu machen, weil man ja als reines Individuum nichts schafft. Da ist es nur ein Spiel, bei dem man verliert. Sobald man sich aber begreift, als Knoten eines Netzes, sobald man sich als vernetztes Wesen begreift, ist es nicht mehr absurd, viel von sich zu publizieren, weil es einen an vielen Stellen anschlussfähig macht und weil es einem an vielen Stellen die Möglichkeit gibt, auf die Welt einzugreifen und sie mehr nach den eigenen Ideen vielleicht zu formen. Und das ist kein Automatismus. Das kann halt auch zu Gegenreaktionen führen. Das kann auch dazu führen, dass Menschen vielleicht danach nicht mit einem sprechen oder es kann auch dazu führen, dass man auf der Straße von Nazis verkloppt wird. Das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Das ist vielleicht auch der Preis, den man dafür bezahlt, dass man in die Öffentlichkeit geht. Aber ohne, dass das jemand tut und ohne, dass Leute, die vielleicht das Risiko besser kalkulieren können als andere, werden wir die Welt nicht besser bekommen. Und ich glaube, das ist das, was ich hier an der Stelle sinnvoll mitgeben würde. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir haben jetzt natürlich noch Zeit für Fragen und Beleidigungen und was man so machen möchte hier. Dankeschön. Da vorne liegt irgendwo so ein Mikro. Test? Ah. Diese Sache mit den Aktivisten stört mich so ein bisschen deshalb, weil natürlich mache ich in dem Moment, wenn ich rausgehe als Aktivist, mache ich mich natürlich angreifbar. Aber das bedeutet ja gerade dann, dass ich explizit kontrollieren muss, welche Informationen von mir veröffentlicht sind. Wenn ich rausgehe und sage, hier ist übrigens meine Adresse und hier ist irgendwie meine Bankverbindung und hier sind meine Telefonnummern, dann bin ich natürlich auf eine ganz andere Weise und viel krasser angreifbar, als wenn ich nur rausgehe und mein Gesicht zeige und sage, ich bin Person X, aber meine Adresse kriegt ihr erstmal nicht, damit ihr auch nicht rausfinden könnt, wo ich wohne und mir nicht aufs Maul hauen könnt. Und das ist natürlich, in dem Moment mache ich ja genau eine Kontrollierung, muss ich ja sehr, sehr stark darauf achten, welche Daten ich eigentlich freigebe und geht es mir viel mehr um Datenkontrolle, damit ich den Impact auf mich selber eben minimal halten kann. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache an der Stelle. Völlig korrekt. Das ist ja auch nicht nur ein 1.0. Es ist ja nicht so, ich veröffentliche viel von mir, damit ist jetzt alles öffentlich. Der Punkt ist, wenn ich in die, nehmen wir das Refugee Camp Beispiel, einfach weil es gerade vielleicht auch hier in dieser Stadt einfach ein sehr brennendes Beispiel ist. Wenn ich da hingehe, dann werde ich fotografiert. Vielleicht auch von politischen Gegnern, zum Beispiel von Nazis, die da rumrennen und halt Fotos schießen oder von der Polizei, die es tut, die ist ja manchmal auch nicht wirklich besser. Und natürlich, ich trage kein T-Shirt, auf dem steht, wo ich wohne, weil das halt völlig dämlich wäre, an der Stelle zu tun. Mir ist aber natürlich auch klar, dass man das verhältnismäßig schnell rausbekommen kann. Also das Risiko, dass halt jemand, ich werde dadurch, dass ich rausgehe, interessant und irgendjemand wird dann wahrscheinlich versuchen, rauszukriegen, wo ich wohne oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben, dass es jemand versuchen wird und ganz platt gesagt, wenn du eine Domain in Deutschland hast oder auch viele andere, einfach dadurch, dass man dir hinterher geht, wird man potenziell auch rausfinden, wo du wohnst. Also einfach dadurch, dass du dich exponiert hast, läufst du halt große Gefahr. Aber das ist halt die Kalkulation, die du machen musst. Natürlich, du machst es ja dem Gegner nicht einfach. Du gibst nicht allen, Visitenkarten kommen hier hin und abends um 10 gehe ich hier alleine lang, damit es schön ist. Natürlich versuchst du dich zu schützen. Natürlich versuchst du auch vielleicht nicht mehr allein unterwegs zu sein, um auch da dann nochmal Stärke in Nummern aufzubauen. Aber sobald du dich da sichtbar beteiligst, bist du Ziel. Das mag richtig sein, aber dennoch veröffentliche ich dann ja nicht mehr meine Telefonnummer in meinem Blog und dann fange ich an, meine Bankverbindung vielleicht ein bisschen geheimer zu halten und dann fange ich an, dafür für tausend andere Sachen zu sorgen, damit dann mache ich mein Facebook-Profil nicht mehr so öffentlich, damit jemand sieht, wer meine Schwester ist und dann mache ich nicht mehr öffentlich, wer meine Eltern sind und so weiter und so fort, um mein Umfeld zu schützen und so weiter und so fort. Also an der Stelle fange ich ja aktiv an, mich so viel wie möglich Informationen von mir fernzuhalten. Also ist dieser Gang in die Öffentlichkeit ja genau eben kein wirklicher Gang in die Öffentlichkeit, sondern kein vollumfanglicher Gang, sondern ich mache mich eingreifbar und versuche an der Stelle massiv zu reduzieren, was über mich verfügbar ist. Ich finde, da ist einfach eine Diskrepanz. Hans war gerade irgendwie ganz dringend unterstanden. Noch jemand? Ja, ich wollte mal kurz darauf antworten. Man muss ja auch sehen, wenn man richtig Aktivist ist, man ist ja auf bestimmten Plattformen auf der Gegenseite definitiv auch mit Namen und Adresse und Ähnliches öffentlich, egal ob man es will oder nicht. Auf staatlicher Seite wird ja auch automatisch gefilmt, die haben Informationen über dich, aber das Refugee-Camp zeigt halt sehr deutlich, dass wir inzwischen die Möglichkeit haben, von uns aus, alles zu überwachen und auf deren Seite was schief läuft und dadurch halt, wie jetzt das FSA-Urteil gezeigt hat, auch Fehlverhalten von staatlicher Seite aufzudecken. Was ich sehr wichtig finde, wie Russland gezeigt hat, die Demonstrationen, wo sie Quadrokopter in die Luft geschmissen haben, um zu zählen, wie viele Demonstranten sie haben, was ansonsten in einer Demokratie wie Russland nicht so einfach möglich wäre. Ich finde es auch wichtig, sich nicht darauf einzulassen, zu sagen, jetzt haben die Nazis irgendwie jemanden, der sich erhoben hat, auf die Nase gehauen und deswegen müssen wir jetzt unser Verhalten total ändern, weil ich meine, Gewalt ist in dieser Gesellschaft halt eine Tatsache und ist aber auch was, was ich eigentlich persönlich nicht bereit bin, zu akzeptieren und insofern bin ich auch nicht bereit, zu akzeptieren, als Grundlage für die Entwicklung des Internets und für meine Utopie einer Gesellschaft eben zu veranschlagen, dass es Nazis gibt, die mir auf die Fresse hauen können. Denn eigentlich ist das natürlich eine staatliche Aufgabe. Ich wollte damit nur sagen, ich meine, wenn sozusagen die Reaktion auf Vorfälle ist, dass wir dann uns nicht mehr publizieren und dass wir uns dann eben zurückziehen in unsere Privatkommission, Privatwelt oder nicht mehr so viel von uns veröffentlichen, dann ist natürlich das eigentlich ein Eingeständnis der Niederlage und an dieser Stelle sollten wir uns irgendwie an der Stelle noch nicht stellen. Das ist meiner Meinung nach das falsche Signal. Ich habe noch mal einen anderen Punkt und zwar bei der Aktion Wir haben abgetrieben. Es ist ja völlig unklar, welche der Frauen überhaupt abgetrieben haben. Es ist ja später sogar gesagt worden, dass gar nicht alle wirklich eine Abtreibung hatten. Deswegen finde ich diesen Punkt mit Öffentlichkeit oder auch Datenschutz irgendwie da nicht so wirklich angebracht, sondern es geht eigentlich wirklich nur um dieses Vernetzen, aber das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun, meinen eigenen Daten, meiner eigenen Realität, sondern nur dem, was ich erreichen will und wie ich mich angreifbar machen will. Also dieses angreifbar machen, das bewusst machen ist der wichtige Punkt, hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich wirklich betroffen bin beziehungsweise dass es vielleicht sogar stimmt, was ich gerade behaupte und nur damit, dass ich jetzt damit rechnen muss, dass halt irgendwas danach kommt und da muss man dann genau schauen, wer macht das eigentlich, weil ja eben nicht alle Frauen, die abgetrieben haben, damals mitgemacht haben, sondern eben immer noch ganz viele gesagt haben, nee, ich mache das nicht, aber mussten sie auch nicht, haben ja andere gemacht. Klar, ich stimme dir völlig zu, es ist ja nicht so, dass nur Wahrheit die Möglichkeit bietet, anschlussfähig zu sein, man kann sich halt sozusagen auch einfach eine Position anziehen, obwohl man sie vielleicht gar nicht gelebt hat bisher oder das Erlebnis nicht gehabt hat und trotzdem anschlussfähig sein und dann als Vertreter oder Vertreterin für so eine Geschichte stehen und natürlich ist vielleicht jetzt so eine Aktion wie ich habe abgetrieben nicht so datenschutzig wie das, was viele andere Leute von sich veröffentlichen, wie wenn sie ihren Tagesablauf auf Facebook posten, das ist natürlich auf einem anderen Niveau, wie man sich anschlussfähig macht. Das Interessante an Netzen und am Internet ist ja eben auch, dass wir häufig gar nicht wissen, was uns in welcher Form und in welcher Art und Weise anschlussfähig macht. Welches Bild, das wir auf Instagram werfen, plötzlich dazu führt, dass eine Person mit uns über was komplett Absurdes sprechen möchte, wie Lightmedium vorhin sagte. Zufällig wird irgendwo Hanses Audio-Hörgewohnheit gepostet oder welches Lied er gerade gehört hat und man ist auf eine, das war ja nicht intendiert, dass er jetzt mit Lightmedium mal darüber sprechen kann. Wir sehen halt vorher nicht, was passiert. Wir hauen halt potenziell eine ganze Menge von uns raus, einige zumindest von uns und man ist immer wieder überrascht, zu welchen Kommunikationsdingen das plötzlich führt und zu welchen Diskussionen das plötzlich führt. Und in gewisser Weise stimmt sogar das, was du am Ende sagtest, dass eben gar nicht alle Frauen, die abgetrieben haben, sich beteiligt haben, was ja auch völlig verständlich ist. Also wenn man, ich komme aus der niedersächsischen Provinz, wenn da man als einzige Frau im Dorf das gesagt hätte, ich weiß nicht, was da passiert wäre, also es wäre natürlich absurd gewesen, das zu tun, aber weil halt andere das getan haben, war es möglich, es ist ja keine absolute, es müssen ja nicht alle, die einer Meinung haben, sich organisieren, aber je mehr es tun, desto besser kann man so ein Thema halt auch pushen und desto weniger kann es halt auch ignoriert werden. Also wenn wir nochmal kurz aus der Refugee Camp gucken, wenn sich da nicht so viele Leute organisiert hätten und platziert hätten und aktiv gewesen wären, hätten die Medien es wahrscheinlich weiter ignoriert, weil es ging ja für sie irgendwie um nichts, es war uninteressant. Und als dann plötzlich auch noch in Berlin irgendwelche MDAs, also Mitglied des Abgeordnetenhauses, sich da auch sehr, sehr sichtbar und sehr öffentlich und sehr, sehr stark platziert haben, kam halt niemand mehr dran vorbei und das Thema war auf einmal da, noch nicht so, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten und noch nicht so in der Breite diskutiert, aber man kann es halt natürlich als Gruppe ziehen. Aber es wäre halt nicht gegangen, wenn einfach nur zwei das gemacht hätten. Wenn sich da zwei daneben stellen, dann sagen, ach komm, die zwei Spinner, was soll's. Aber dadurch, dass es halt irgendwann viele waren, dass plötzlich 24 Stunden viele Menschen da waren das Thema besetzten und plötzlich auch sehr sichtbare Menschen das besetzten, das machte sie halt dann an der Stelle mächtig, wäre meine Interpretation der Sache zumindest. Ja, ich finde aber, das hat jetzt erstmal nicht auch mit Datenschutz zu tun, sondern es ging dann um eine kritische Masse, es geht um ganz viele andere Punkte, die erstmal dieses, die nicht, also es hätten vielleicht tatsächlich doch zwei Refugees ausgereicht, die es gemacht hätten, wenn eben 120 andere Leute da rumherum gekommen wären und die sich damit solidarisiert haben. Und die Frage ist eben nicht unbedingt, wie viele Leute sind das, die sich öffentlich machen, die ihre Betroffenheit in irgendeiner Weise zeigen, sondern haben sie das Timing, haben sie die Kontakte auch zu anderen Leuten, die halt alle nicht betroffen sind, auch völlig unabhängig von dieser Betroffenheit einfach, erreichen sie da irgendwie wie gerade jemanden und das hat aber nun, also meiner Meinung nach am Ende meistens nichts mit Datenschutz zu tun, sondern da kommen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren immer zusammen und das Wichtigste ist, glaube ich, sogar das Timing. Timing ist definitiv ein Riesending da an der Stelle, also absolut, aber wie du gerade selbst, wie sorgt man dafür, dass man Leute erreicht und Erreichbarkeit, wie findest du denn, wen du ansprichst und da sind plötzlich halt Leute vielleicht sehr sichtbar, die auch an vielen Stellen schon Positionen bezogen haben, die auch ganz klar sagen, spreche ich mich an, wenn das ist oder die einfach zu erreichen sind, bei denen geistern sich für sowas oder die haben vielleicht auch die Möglichkeit, sich weiter zu verbinden. Also es ist halt, natürlich geht das auch ohne, dass Leute was von sich veröffentlichen, aber wenn alle sehr, sehr privat sind, woher weißt du denn, mit wem du sprechen kannst, welchen der MDAs sprichst du denn vielleicht an? Natürlich kannst du dann alle schicken und hoffen, dass irgendjemand was tut und vielleicht hast du Glück, aber wenn halt andere Leute vielleicht schon vorher sichtbar geworden sind, macht es das für dich halt einfacher. Also letzten Endes unsere Stärke als einzelne Individuen, die halt eben nicht die Ressourcen und die politische Durchsetzungsfähigkeit haben, wie Hallo, wie viel moderner Staat. Unsere Chance ist ja nur, uns möglichst schnell und möglichst effizient zu verbinden. Wir haben ja eben nicht, wir können halt eben nicht sagen, gut, wir schicken halt jetzt einfach jedem Deutschen eine Postkarte, weil wir morgen demonstrieren wollen und hoffen halt, dass genug kommen. Sondern wir versuchen halt möglichst schnell und ja auch mit unseren beschränkten Mitteln uns zu verbinden und das wird einfacher dadurch, dass Leute sichtbar sind. Also ganz blöd gesagt, wenn ich jemanden bräuchte, der sich vielleicht zum Beispiel mit Geschlechterdiskriminierung beschäftigt, dann weiß ich, wen ich ansprechen kann, weil viele Menschen sich da ganz klar positioniert haben und dadurch natürlich auch angreifbar gemacht haben. Aber für mich ist das, bietet mir das die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die sich damit vielleicht besser auskennen oder die vielleicht da besser vernetzt sind als ich oder die vielleicht was möglich machen können, was ich nicht könnte. Und das war eher der Punkt an dieser Stelle. Und da trifft es dann manchmal halt eben doch diesen privaten Bereich, weil man halt Sachen, die eigentlich für uns privat gesehen werden, nach außen packt, um sich da dann verbindbar zu machen. Das ist natürlich keine absolute Geschichte an der Stelle und es gibt sicherlich auch, vielleicht war deshalb Refugee Camp ein schlechtes Beispiel, es gibt natürlich auch Sachen, die dann nicht direkt was mit Privatsphäre zu tun haben. Aber die Idee der Verbindbarkeit hat es eben dann doch manchmal. Ich sehe keine Hände. Dann möchte ich mich nochmal bedanken fürs Zuhören und es geht weiter um 16. Aber weil wir ein bisschen Zeit gespart haben, ich sage, wir fangen Viertel vor an. Viertel vor vier fangen wir an mit Fuchsi. Denkt denn keiner an die Kinder. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.